Heute ist es mal wieder Zeit für fünf sehr alte Kriminalfälle. Bitte denkt daran, ein Like da zu lassen und abonniert noch schnell den Kanal, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Annie Bella Wright wird im Jahr 1897 geboren. Ihre Familie hat eine Farm in Storten in Leicestershire. Bereits im Alter von zwölf Jahren beginnt Bella zu arbeiten. Zunächst als Hausmädchen, dann in einer Gummifabrik. Um zur Arbeit zu gelangen, benutzt sie immer ihr Fahrrad. Im Jahr 1919, Bella ist 21, ist sie mit einem jungen Seemann verlobt, der in Portsmouth stationiert ist. Die beiden planen, bald zu heiraten. Am Morgen des 5. Juli beendet Bella ihre Nachtschicht in der Gummifabrik. Anschließend geht sie zur Post und schickt einen Brief an ihren Verlobten ab. Am Abend des gleichen Tages macht Bella sich dann auf ihrem Fahrrad auf den Weg zu ihrem Onkel, der in Golby wohnt. Sie wird unterwegs von mehreren Leuten gesehen, die alle beschreiben, dass sie in der Begleitung eines unbekannten Mannes war, der auf einem grünen Fahrrad neben ihr hergefahren sei. Während Bella im Haus ihres Onkels ist, wartet der Mann in der Nähe und begleitet Bella dann auch auf ihrem Rückweg. Als ihr Onkel sie auf den Mann anspricht, bestätigt Bella, den Mann nicht zu kennen, doch sie sagt, dass es okay sei und dass er sich wie ein Gentleman verhalten würde. Nur etwa eine halbe Stunde, nachdem Bella die Wohnung ihres Onkels verlassen hat und sich gemeinsam mit dem Fremden auf den Weg gemacht hat, findet der Farmer Joseph Cowell Bells Leiche in der Gartreiroad. Sie hat schwere Verletzungen im Gesicht. Cowell denkt, dass sie von einem Auto erfasst wurde. Er benachrichtigt den Arzt und den örtlichen Polizisten, Constable Alfred Hall. Beide von ihnen bestätigen Cowells Annahme, dass Bell auf ihrem Fahrrad, das ebenfalls vor Ort gefunden wird, überfahren wurde. Doch dem Constable Alfred Hall lässt der Fall in dieser Nacht nicht mehr los. Ist die junge Frau tatsächlich von einem Wagen erfasst worden? Er geht erneut zum Fundort ihrer Leiche und schaut sich dort um. Dabei findet er einige Hufabdrücke von Pferden und dann sieht er, dass in einem dieser Hufabdrücke etwas drinsteckt, was weiter in den weichen Untergrund gedrückt wurde. Es handelt sich um die Patrone einer Schusswaffe. Bella wurde bereits gerichtsmedizinisch untersucht, doch nach dem Fund der Patrone wird eine erneute Untersuchung vorgenommen. Das Blut in Bellas Gesicht wurde zuvor auf die Verletzung durch den Aufprall des Fahrzeuges geschoben, doch nun, als der Gerichtsmediziner das Gesicht des Opfers vom Blut zäubert, erkennt er, dass sie eine Einschussverletzung unter dem linken Auge hat. Nun steht fest, dass Bella ermordet wurde. Ihr gesamter Bekanntenkreis wird befragt und dabei bekommt die Polizei eine sehr gute Beschreibung des Mannes, der sie an dem Abend auf einem grünen Fahrrad begleitet hatte. Doch trotz der guten Beschreibung können weder der mysteriöse Mann noch sein grünes Fahrrad ausfindig gemacht werden. Vier Monate vergehen. Dann, im Februar 1920, versucht ein Arbeiter auf einem Lastkahn, eins der Seile des Schiffes einzuholen. Doch irgendetwas hängt daran. Als er es schließlich aus dem Meer ziehen kann, stellt er fest, dass es ein grünes Fahrrad ist, das sich in dem Seil verfangen hat. Jemand hat versucht, die Seriennummer des Fahrrades abzukratzen und der Seemann meldet seinen Fund bei der Polizei. Sie kann die Seriennummer, von der noch genug erhalten ist, entziffern. Sie ist auf einen Armeeoffizier namens Ronald Light registriert. Kurze Zeit danach wird dann plötzlich das Holster einer Pistole in einem nahe des Tatort gelegenen Kanals gefunden. Auf dem Holster ist ebenfalls eine Registrierungsnummer. Sie gibt Aufschluss darüber, dass die Waffe dem Armeeoffizier Ronald Light gehörte. Gleich zwei Beweise, die ihn mit der Tat in Verbindung bringen. Ronald ist der Sohn eines wohlhabenden Ingenieurs, doch er selbst ist bereits aus der Schule geflogen, hat dann einen Job verloren und nun wurde ihm auch noch sein Rang in der Armee aberkannt. Die Polizei sucht ihn auf, doch Ronald behauptet, am Abend der Tat überhaupt nicht in der Gegend gewesen zu sein. Doch bei einer Gegenüberstellung können fünf Zeugen ihn als den Mann identifizieren, der Bella am betreffenden Abend auf dem Heimweg von ihrem Onkel begleitet hatte. Ronald Light gibt darauf hinzu, um Bella an dem Abend begleitet zu haben. Er behauptet, dass sie ein Problem mit ihrem Fahrrad gehabt hätte, als sie auf dem Weg zu ihrem Onkel war und dass er ihr spontan geholfen hätte. Anschließend begleitet er sie auch auf dem Rückweg. Doch ermordet hätte er Bella nicht, sondern er hätte sich bereits zuvor auf dem Heimweg von ihr getrennt. Als er dann in der Zeitung von dem Mord gehört hatte, sei er in Panik geraten, da er als der Täter beschrieben wurde. Daraufhin sei er zum Kanal gefahren, wo er sein Fahrrad und seine Pistole entsorgt hat. Könnte Ronald Leitz' Geschichte stimmen und er tatsächlich unschuldig sein? Bevor Bella ihre Verlobung mit dem Seemann bekannt gegeben hatte, gab es Gerüchte, dass sie mit einem anderen Mann liiert sei. Wer dieser Mann war, weiß jedoch niemand und es kommen Gerüchte auf, dass es Ronald Leitz gewesen sein konnte. Ein Zeuge will sogar gehört haben, dass Ronald Bella mit ihrem Vornamen begrüßt hat, was ja darauf schließen lässt, dass sie sich doch kannten. Ronald Leitz wird für die Tat angeklagt. Neben zahlreichen Zeugen, die ihn gemeinsam mit Bella gesehen haben, sagen noch zwei 13 und 14 Jahre alte Mädchen aus, die am Nachmittag der Tat auf ihren Rädern unterwegs waren. Ronald hätte sie mehrfach auf seinem Fahrrad umkreist, was ihnen ziemlich unangenehm gewesen sei. Doch die Jury ist der Ansicht, dass es zu wenige Beweise gibt, um ihn der Tat eindeutig zu überführen. Da ja nur das Holster, aber nicht die Tatwaffe gefunden wurde, bleibt es eine reine Mutmaßung, dass die gefundene Patrone mit der Waffe des Holsters übereinstimmt. Gutachter sagen, die Patrone könnte aus verschiedenen weiteren Schusswaffen sein und es sei nicht vollständig auszuschließen, dass Bella zum Beispiel von einem Querschläger einer Person, die am nahegelegenen Fluss auf Entenjagd gewesen ist, getroffen wurde. Die Verletzung in ihrem Gesicht würde sogar darauf schließen lassen, dass sie nicht aus nächster Nähe erschossen wurde. Auch wenn sich das etwas abwegig anhört, kann die Jury diese Möglichkeit nicht ausschließen und Ronald als Täter nicht ohne Zweifel schuldig sprechen. Ronald wird schließlich freigesprochen. Ein anderer Verdächtiger betreffend der Tat wird jedoch auch nie ausfindig gemacht. Erst Jahre später wird eine Notiz eines Polizisten entdeckt, der mit Ronald befreundet war. Er schreibt, dass Ronald ihm damals, als er in Urhaft saß, erzählt hat, dass er Bella tatsächlich erschossen hat und dass das Ganze ein Unfall gewesen sei. Er hätte ihr nur seine Dienstwaffe zeigen wollen. Darüber hinaus sagt er, dass der Polizist seine Aussage vertraulich behandeln soll und dass er alles leugnen würde, sofern er dies nicht tut. Der Polizist hatte die Aussage offenbar aus dem Grund zu den Akten gelegt. Bei Ronnes Prozess ist sie jedenfalls nicht angesprochen worden. Der Wahrheitsgehalt dieser Notiz wird allerdings stark angezweifelt. Was denkt ihr, ist Ronald es gewesen? Er könnte, falls er Bellas Liebhaber war, ein Motiv gehabt haben. Sie wollte ja bald einen anderen Mann heiraten. Darüber hinaus hatte er die Gelegenheit und er hatte eine Pistole dabei, die er nach dem Vorfall weggeworfen hat. Bellas Familie ist überzeugt von Ronalds Schuld und denkt, dass er mit der Tat davon gekommen ist. Im Jahr 1874 wird Marie Schneider in Berlin geboren. Sie wächst mit ihrem Bruder bei ihrer Mutter in Friedrichshain auf. Ihren Vater, der bereits früh verstorben ist, hat sie nie kennengelernt. Auch eine Schwester von ihr verstirbt bereits als Kind. Maries Mutter arbeitet von zu Hause aus als Näherin. Obwohl sie als schlau gilt und eine schnelle Auffassungsgabe hat, muss Marie das dritte Schuljahr wiederholen, da sie sich nicht anstrengt und nicht im Unterricht aufpasst. Sie gilt als umgezogen und ihre Mutter greift hin und wieder zum Stock, um sie zu bestrafen. Zum Beispiel hat Marie sich schon öfter durch Lügen kleine Geldbeträge ergaunert, um sich davon Süßigkeiten zu kaufen. Im gleichen Apartmenthaus wie die Schneiders wohnt eine etwa 20-jährige Frau, die ihr Geld vermutlich im Rotlichtmilieu verdient. Marie geht gerne bei ihr vorbei und die Frau erzählt ihr von ihrer eigenen Kindheit. Sie sagt zu Marie, dass sie damals genauso ungezogen wie sie gewesen sei und dass sie einmal sogar ihren Lehrer, der sie bestrafen wollte, zurückgeschlagen hätte. Marie scheint das ziemlich zu beeindrucken. Am Abend des 7. Juli 1886 wird die inzwischen zwölf Jahre alte Marie von ihrer Mutter losgeschickt, um einige Besorgungen zu machen. Sie ist noch nicht weit von ihrem Haus weg, als sie auf der Straße die dreieinhalbjährige Margarete trifft, die seit einigen Monaten in der Nachbarschaft wohnt. Marie fallen sofort die goldenen Ohrringe auf, die Margarete trägt. Sie möchte die Ohrringe unbedingt haben. Marie nimmt an, dass sie sie in einem Second-Hand-Laden in der Nachbarschaft verkaufen kann und sich von dem Geld dann Süßigkeiten besorgen kann. Sie sagt zu Margarete, dass sie mit ihr mitkommen soll, nimmt das kleine Mädchen an der Hand und zieht sie hinter sich her in ihr Apartmenthaus zurück, wo sie sie mit in den zweiten Stock nimmt. Das Fenster im Treppenhaus ist offen und Marie setzt Margarete aufs Fensterbrett. Doch dann hört sie jemanden die Treppe hinunterkommen. Sie nimmt Margarete wieder vom Fensterbrett herunter und ein Mann aus den oberen Stockwerken geht an ihnen vorbei. Als er weg ist, setzt Marie Margarete wieder aufs Fensterbrett und zieht ihr die Ohrringe heraus. Margarete beginnt zu weinen, der Marie sehr unsanft mit ihr umgeht. Nachdem sie die Ohrringe eingepackt hat, versetzt Marie Margarete einen Stoß und sie stürzt in die Tiefe. Marie macht sich anschließend auf den Weg, um die Besorgung für ihre Mutter zu erledigen. Die Nachbarschaft steht aufgrund Margaretes brutalem Tod unter Schock. Doch es ist von Beginn an klar, dass dies kein Unfall gewesen ist. Margarete hätte das Fensterbrett niemals alleine erreichen können. Nach Zeugenaussagen, die die beiden gemeinsam gesehen haben, steht direkt am nächsten Tag ein Polizist vor der Tür der Schneiders. Marie erzählt, dass sie nichts über den Vorfall wüsste und dass sie Margarete nicht gesehen hat. Als der Polizist wieder weg ist, wirft sie Margaretes Ohrringe, die sie im Luftschacht des Hauses versteckt hatte, weg, da sie nun Bedenken hat, dass sie von der Polizei gefunden werden. Kurz darauf kommt tatsächlich erneut ein Polizist vorbei. Aufgrund der Aussage von zwei Zeugen ist die Polizei bereits überzeugt, dass Marie den Vorfall verursacht hat und der Polizist will sich nicht mit Ausreden zufriedengeben. Er droht Marie Ohrfeigen an und wenig später gibt sie zu, Margarete aus dem Fenster gestoßen zu haben. Marie gibt ihre Tat detailliert wieder. Auch zu ihrem bisherigen Leben gibt sie umfangreiche Auskunft. So beschreibt sie zum Beispiel, dass sie ihre Schwester, die ja ein Jahr zuvor verstorben ist, nicht besonders gemocht hätte, da sie besser als sie gewesen sei. Darüber hinaus beschreibt sie, wie sie einem kleinen Jungen von hinten die Augen zugehalten hätte, um ihn raten zu lassen, wer sie ist. Doch dann hätte sie immer fester und fester auf seine Augen gedrückt, bis der Junge zu weinen und zu schreien begonnen hätte. Dennoch hätte sie nicht losgelassen, bis ein Erwachsener dazwischen gegangen sei. Sie erklärt, dass sie kein schlechtes Gewissen hatte. Maries Mutter berichtet, dass Marie als Kind ein Kaninchen gequält und umgebracht hat. Bis zu ihrem Prozess wird Marie in einer Gemeinschaftszelle mit vier weiteren Frauen eingesperrt. Natürlich wissen die Insassen bereits, was das erst zwölf Jahre alte Mädchen getan hat. Es hat sich bereits überall herumgesprochen und es ist natürlich ein großes Thema. Ihre vier Zellengenossinnen haben viele Fragen an Marie und sie gibt fröhlich und lachend über ihre Tatauskunft. Marie ist sich im Bilde darüber, dass Mördern die Todesstrafe droht. Sie erklärt dem Richter während ihres Prozesses, dass sie von einem Mann weiß, der seine Frau umgebracht hat und dafür durch das Abschlagen seines Kopfes bestraft wurde. Dann bezeichnet sie sich selbst für ihre Tat als Mörderin und sagt, dass ihr nicht die Todesstrafe drohe, da sie noch so jung sei. Über die Tat an Margarete sagt sie, dass sie nicht darüber nachgedacht hätte, dass Margaretes Eltern traurig sein würden. Sie selbst sei allerdings nicht traurig und sie würde die Tat auch nicht bereuen. Zwei Gutachter bescheinigen Marie normale intellektuelle Fähigkeiten, allerdings hätte sie keinerlei moralische Fähigkeiten. Obwohl zur damaligen Zeit viele Mörder hingerichtet wurden, hat Marie recht, hier droht nicht die Todesstrafe. Aufgrund ihres Alters erhält sie eine Gefängnisstrafe von acht Jahren. Ein Pfarrer, der im Gefängnis arbeitet, sagt bereits zwei Jahre später, dass Marie sich positiv entwickelt hätte. Über ihr Leben nach ihrer Freilassung ist allerdings nichts bekannt. Am 16. Februar 1937 kommt es zu einem Vorfall in Seoul in Korea, das zu dieser Zeit unter japanischer Besetzung ist. Ein Mann namens Choo-gin-ryong beginnt, andere Personen in einem Haus mit einem Stock zu verprügeln und verletzt einige von ihnen. Mehrere der Personen flüchten aus dem Haus und der Mann mit dem Stock sagt schließlich zu einigen weiteren Personen, die ihn begleitet haben, dass er zur Polizei gehen würde. Dort angekommen, deckt der Mann einen der größten Sektenskandale aller Zeiten auf. Der Mann mit dem Holzstock Choo-gin-ryong besitzt einen Medizinladen in Gum-yong-dang in der Stadt Hye-jum. Doch sein Vater hat sich einige Zeit zuvor gemeinsam mit seiner Schwester zur religiösen Gruppe der Big Bekyo begeben. Nun hat er kaum noch Kontakt zu seinem Sohn und er hat bereits sein ganzes Vermögen der Religionsgemeinschaft übergeben. Die Gruppe will offenbar immer mehr und mehr, so dass Yoo-gin-ryong inzwischen um seinen Laden fürchtet. Die Gruppe wird von einem Mann namens Jong Jong-hee angeführt und er hat bereits mehrere hundert Mitglieder. Die Gruppe wurde bereits im Jahr 1900 von Jong Jong-un, Jong Jong-hes Vater gegründet. Er hatte 15 Gebote zusammengefasst, nach denen die Mitglieder leben sollten. Während diese Gebote an sich unauffällig sind, werden die Mitglieder aufgefordert, ihr ganzes Vermögen an die Gemeinschaft abzutreten und müssen ihren Kontakt zu Außenstehenden im Prinzip komplett einschränken. Während sie sich fast nur noch innerhalb der Gruppe bewegen, führen Jong Jong-un und einige weitere hochrangige Personen ein ausschweifendes Leben. Der Gründer der Gruppe, Jong Jong-un, verstirbt im Jahr 1930. Zuvor hatte er mit etwa 60 Konkubinen zusammengelebt. Nach seinem Tod übernimmt sein Sohn Jong-hee die Anführung. Er macht genauso weiter. Bereits im gleichen Jahr wird die Polizei auf die Gruppe aufmerksam. Sie hatte Informationen bekommen, dass Jong Jong-un vor seinem Tod mindestens vier seiner Konkubinen umgebracht hatte. Eine davon wurde vermutlich lebendig begraben. Die Polizei nimmt damals eine hohe Anzahl der Mitglieder der Gruppe fest und ist der Annahme, dass sie die Sekte zerstört hat. Doch Jong Jong-uns Sohn Jong Jong-hee, der neue Anführer und viele weitere sind damals davongekommen. Keines der festgenommenen Mitglieder hatte es sich gewagt, über sie oder ihre Identität, sofern sie sie denn überhaupt kannten, auszusagen. Nachdem er sich eine Weile versteckt hält, baut Jong Jong-hee die Sekte erneut auf. Während die Mitglieder seiner Gruppe quasi mittellos sind, wählt Jong Jong-hee sich Frauen unter seinen Anhängern aus, wie er es möchte und verlangt Gefälligkeiten von ihnen. Die Mitglieder, die sich an alle Regeln halten, führen zwar ein relativ angenehmes Leben mit ausreichend Lebensmitteln und so weiter, doch sie haben keinerlei Freiheiten und werden ständig von Jong Jong-hee und seinen Anführern überwacht. Sie dürfen mit niemandem außerhalb der Gruppe reden, ihre Familien nicht sehen und müssen weiterhin ihr gesamtes Vermögen an Jong Jong-hee übertragen. Jong Jong-hee verkündet seinen Anhängern währenddessen das baldige Ende der Welt und sagt, dass nur die Big Bekyo überleben würden. Er sei dann der neue König der ganzen Welt. Er hält die Mitglieder an, ständig über Stunden ein Mantra zu singen. Jong Jong-hee und weitere führende Mitglieder treten vor ihren Anhängern immer nur mit Tüchern vor den Gesichtern auf. Sie wirken mysteriös und mächtig auf sie. Mitglieder, die Zweifel an der religiösen Lehre bekommen, kommen nicht mehr aus der Gemeinschaft heraus, zumindest nicht lebend. Als Yu-gin-ryong im Jahr 1937 das Hauptquartier der Big Bekyo aufsucht, um seinen Vater und dessen Schwester zu sehen, verlangt der Anführer Jong Jong-hee auch von ihm die Zahlung einer großen Geldsumme. Doch Yu-gin-ryong ist nicht gekommen, um der Gruppe beizutreten, sondern nur, um seinen Vater aus der Sekte zu befreien. Aus diesem Grund beginnt er, mit seinem Holzschwert zu randalieren und schließlich auf die Mitglieder der Gemeinschaft einzuschlagen, bis sie vor ihm flüchten. Daraufhin geht er dann ja schließlich zur Polizei. Als die Polizei den Namen Big Bekyo hört, wird sie sofort hellhörig. Ihrer Annahme nach hatten sie diese Gruppe ja bereits sieben Jahre zuvor zerstört. Die Polizei macht sofort ein Razzia im Hauptquartier der Gemeinschaft und nimmt zahlreiche Personen fest, darunter hunderte Mitglieder, die in den kommenden Tagen über die ganzen schauderhaften Begebenheiten berichten, die sich innerhalb der Gruppe abgespielt haben. Der Anführer Jong Jong-hee hat unglaubliche Praktiken mit seinem Gefolge durchgeführt. Seine Anhänger, die ihm sein ganzes Vermögen übertragen haben, sind ihm völlig ausgeliefert und sie hatten größtenteils nicht mal versucht, sich gegen ihn zu wehren, da sie ihn für den Sohn Gottes, wie er sich selbst bezeichnet, gehalten hatten und außerdem den Weltuntergang fürchten. Alle, die den generellen Regeln nicht gefolgt sind oder die Gruppe verlassen wollten, sind sofort ermordet worden, in vielen Fällen, in denen sie gezwungen wurden, Gift zu trinken. Gründe für die Ermordung der Mitglieder sind vielfältig, zum Beispiel, wenn sie die Gruppe verlassen wollten, wenn sie mit falschen Personen geredet haben, wenn Jong Jong-hee von seinen Liebhaberinnen gelangweilt waren und so weiter. Dann legt er zum Beispiel noch fest, dass alle beim stundenlangen Gebet ihre Augen geschlossen halten müssen. Während dieser Zeit beobachtet er seine Anhänger genau und wenn er einen von ihnen erwischt, der auch nur eine Sekunde lang die Augen öffnet, zeigt er auf diese Person, woraufhin sofort zwei Bedienstete zur Stelle sind, die die Person mitnehmen und umbringen. Darüber hinaus hat Jong Jong-hee auch noch zwölf seiner eigenen Cousins umbringen lassen und war offenbar dabei, nach und nach seine gesamte Verwandtschaft auslöschen zu lassen. Neben Jong Jong-hee gibt es noch drei weitere hochrangige Mitanführer, Kim So-jin, Lee Kyung-duk und Moon Bong-jom, die ebenfalls Befehle zu Morden gegeben haben. Während diese drei Mitanführer alle bei der Razzia der Polizei festgenommen werden konnten, befindet sich der Anführer Jong Jong-hee zunächst auf der Flucht. Er hatte sich direkt nach Yu-gin-ryongs Angriff mit dem Stock aus dem Staub gemacht. Er wird einen Monat später tot am Berg Yong-moon in Yangpyeong in Gyeonggi-do aufgefunden und hat sich bereits selbst gerichtet. Es gibt allerdings auch Spekulationen, dass Jong Jong-hem eine andere Person, die ihm ähnlich gesehen hat, umgebracht hat, um seinen eigenen Tod vorzutäuschen. Ein Sohn von ihm bestätigt jedoch, dass es sich um ihn gehandelt hat. Die Polizei findet auf dem Gelände der Beek-beek-yoon die Überreste von über 300 Personen. Während des Prozesses, der im Jahr 1940 beginnt, beschreiben die ehemaligen Anhänger der Sekte die Vorgänge innerhalb der Gruppe, doch viele von ihnen halten immer noch zu ihrem Anführer Jong Jong-hee und versuchen, seine Taten vor Gericht zu rechtfertigen, da sie von ihm völlig gehirngewaschen wurden. Kim So-jin, Lee Kyung-duk und Moon Bong-jo, die noch lebenden Führungsmitglieder, erhalten Todesstrafen bzw. lebenslängliche Haftstrafen. Doch als die Besetzung von Korea durch die Japaner im Jahr 1945, als Japan sich im Zweiten Weltkrieg ergibt, endet, werden alle von ihnen wieder freigelassen. Bis zur Jonestown-Tragödie im Jahr 1978 gelten die Taten der Beek-beek-yo als die schlimmsten und opferreichsten überhaupt, die innerhalb einer Sekte geschehen sind. Frances Stewart wird im Jahr 1814 geboren. Sie wird bereits als Kind von allen Frankie genannt. Als sie etwa fünf Jahre alt ist, zieht sie mit ihren Eltern nach Kona im Burke County in North Carolina. In ihrer Nachbarschaft lebt Jacob Silver mit seinem Sohn Charlie, der ein Jahr älter als Frankie ist. Jacobs Frau ist bei Charlies Geburt gestorben. Die beiden wachsen gemeinsam auf und heiraten bereits als Jugendliche, zur damaligen Zeit nicht so ungewöhnlich. Im Alter von 17 und 18 bekommen sie ihre erste Tochter, Nancy. Alle halten die beiden damals für ein Traumpaar. Doch die Realität sieht anders aus. Bei Problemen und Streit rastet Charlie öfter aus und verprügelt seine Frau Frankie. Im darauffolgenden Jahr, an Weihnachten 1831, meldet Frankie ihm, dass Charlie nicht vom Jagen zurückgekehrt sei. Einige Männer aus dem Ort suchen nach dem 19-Jährigen, doch er wird nicht aufgefunden. Ein Jäger meldet schließlich dem Sheriff, dass er Blutflecke in Frankie und Charlies Hütte gesehen hätte. Daraufhin sieht der Sheriff sich im Januar 1832 gemeinsam mit weiteren Männern selbst die Holzhütte des Paares an. Dabei werden eine ganze Menge Auffälligkeiten festgestellt. An den Wänden und auf dem Boden finden sich Verunreinigungen, vermutlich Blutspritzer. In einer Holzbank ist eine tiefe Kerbe, als hätte jemand mit einer Axt darauf geschlagen. Mittig in der Hütte ist ein riesiger Fleck auf dem Boden, so als wäre dort eine ganze Blutlache gewesen. Dann wird im Kamin eine ölige Substanz, vermischt mit Asche, entdeckt. Im Brunnen, nur ein Stück weit von der Hütte entfernt, werden kurz darauf Reste von Knochen entdeckt. Darüber hinaus ein Ferseneisen, das so aussieht wie die, die Charlie an seinen Reiterstiefeln hatte. Die Behörden schließen aus den ganzen Funden, dass Charlie in seiner eigenen Hütte ermordet, zerstückelt und dann im Kamin verbrannt wurde, und zwar am 22. Dezember, dem Tag, bevor seine Bekannten nach ihm gesucht haben. Am 9. Januar 1932 werden Frankie, ihre Mutter sowie ihr Bruder Blackstone verhaftet. Die generelle Annahme ist, dass Frankie ihren Mann mit einer Axt umgebracht hat und dass sie beim Zerteilen und Verbrennen der Leiche Hilfe von ihrem Bruder und ihrer Mutter hatte. Konkrete Hinweise auf die Beteiligung ihrer Familie gibt es zwar nicht, doch es wird angenommen, dass Frankie, die als eher klein und zierlich beschrieben wird, die Tat nicht alleine bewältigt haben kann. Als Motiv wird angeführt, dass sie neidisch gewesen sei, dass Charlie öfter Affären gehabt hätte und außerdem, dass sie wütend gewesen sei, dass er sie hin und wieder verprügelt hat. Einige Personen berichten allerdings, dass Charlie erst damit begonnen hätte, Affären zu haben, nachdem ihre Tochter Nancy geboren wurde, denn Frankie sei danach regelrecht besessen von ihrer Tochter gewesen und hätte sich um nichts anderes mehr, also auch nicht um ihren Mann Charlie, gekümmert. Tatsächliche Nachweise, dass Frankie die Täterin gewesen ist, gibt es zwar nicht, doch aufgrund der Blutspuren, die darauf hindeuten, dass die Tat in Frankis und Charlies Hütte geschehen ist, wird davon ausgegangen. Nach einer Anhörung werden Frankis Mutter und ihr Bruder schließlich aus dem Gefängnis entlassen, doch sie bleibt weiter in Haft und wird für den Mord an ihrem Mann angeklagt. Viele ihrer Bekannten sagen für sie aus und erklären, dass Frankie starker Gewalt durch ihren Mann ausgesetzt gewesen sei und dass sie vermutlich in Notwehr gehandelt hätte. Sie selbst darf als Frau zur damaligen Zeit keine Aussage vor Gericht machen und auch mit anderen hat sie nie über die Tat geredet bzw. beschrieben, wie alles genau geschehen ist. Trotz dieser Annahme und obwohl es auch gar keine wirklichen Beweise gibt, dass Frankie tatsächlich die Täterin war, wird sie für den Mord an Charlie zum Tod verurteilt. 17 Briefe mit Gnadenersuchen gehen beim Gericht ein, doch Frankis Hinrichtung wird für Juli 1833 geplant. Doch im Mai des Jahres verschwindet sie plötzlich aus dem Gefängnis. Jemand ist durch eins der Kellerfenster ins Gefängnis eingestiegen und hat mithilfe eines gefälschten Schlüssels ihre Zellentür geöffnet. Nur eine Woche später allerdings wird Frankie wieder gefunden und festgenommen. Sie ist mit ihrer Familie auf dem Weg nach Tennessee. Als sie aufgegriffen wird, läuft sie hinter dem Planwagen ihres Vaters her. Ihre Haare sind kurz geschnitten und sie trägt zur Tarnung Männerkleidung. Ein freiwilliger Helfer des Sheriffs, der nach Frankie Ausschau halten soll, ruft ihr zu, Hallo Frankie, was sie mit Danke, mein Name ist Tommy beantwortet. Es heißt, ihr Onkel, der gerade neben ihr her lief, hätte dann noch gesagt, genau, ihr Name ist Tommy. Dies sei dem Sheriff's Helfer so verdächtig vorgekommen, dass er Frankie dann direkt mitgenommen hat. Inzwischen sprechen sich allerdings bereits um die 90 Prozent der Bevölkerung gegen ihre Hinrichtung aus. Doch die Vollstreckung ihres Urteils findet wie geplant am 12. Juli 1833 statt. Als sie ihre letzten Worte sprechen soll, ruft ihr Vater ihr zu, dass sie darauf verzichten solle. So stirbt Frankie mit nur 19 Jahren, ohne von ihren letzten Worten Gebrauch zu machen. Da ihr ihre eigene Familie, wie herausgekommen ist, ihr Vater, ihr Onkel und ein weiterer Mann dabei geholfen hatte, aus dem Gefängnis zu flüchten und aufgrund des Hinweises ihres Vaters zu schweigen, gehen weiterhin Gerüchte um, dass ihre Familie tatsächlich ebenfalls in die Tat verwickelt gewesen ist. Nancy, die Tochter von Charlie und Frankie, wurde nach ihrer Verurteilung von ihrem Großvater Jacob, also Charlies Vater, quasi gekidnappt und auf einem Anwesen in Ellie J. im Macon County aufgezogen. Als Jugendliche ist sie von sich aus zu ihrer Großmutter, also der Mutter von Frankie, nach Kona zurückgekehrt. Dort allerdings wird sie wegen der Tat ihrer Mutter stark stigmatisiert. Die Meinungen darüber, ob Frankie die Tat geplant hat oder ob sie sie spontan im Affekt begangen hat, sind bis heute geteilt. Einer von Charlies jüngeren Halbbrüdern hat noch im Jahr 1900 in einem Interview gesagt, dass er davon ausgeht, dass Frankie ihren Mann mit der Axt angegriffen hat, nachdem er eingeschlafen ist. Die Axt hätte sie sich vermutlich bereits in Vorbereitung auf die Tat im Raum versteckt. Als Motiv mutmaßt er, dass Frankies Eltern die Gegend verlassen wollten und dass sie eigentlich gerne mitwollte, doch dass Charlie in Kona bleiben wollte. Doch ein weiterer Nachfahre von Charlies Tochter Nancy sagt später, dass die Mehrheit der Familie eigentlich nie von einer geplanten Tat, sondern eher von einer Art Unfall ausgegangen ist. So kann er sich zum Beispiel vorstellen, dass Frankie und Charlie in Streit geraten seien, nachdem er betrunken nach Hause kam und dass er während des Streits seine Frau mit seinem Gewehr bedroht hätte. Frankie hätte dann im Affekt mit der Axt nach ihm geschlagen und ihn dabei sofort, ohne dies eigentlich zu wollen, tödlich verletzt. Frankie soll kurz vor der Vollstreckung ihres Urteils einen Brief an ihren Anwalt diktieren lassen haben, indem sie die Tat gestanden hat und diesen Ablauf der Geschichte beschrieben hätte. Dieser Brief ist allerdings nicht mehr vorhanden, so dass über diesen Wahrheitsgehalt auch nur spekuliert werden kann. Als letztes habe ich noch einen Fall für euch, der keinen Mord beinhaltet, sondern es geht bei diesem Fall um einen Vorfall, der vielleicht übernatürlich ist, der sich früher an einer Schule abgespielt hat. Im Jahr 1845 wird das Pensionat von Neuwelke, ein Internat bei Wollmar im heutigen Lettland, von 42 Schülerinnen, wohlhabender und einflussreicher Eltern besucht. Unter ihnen ist die 13 Jahre alte Julie de Guldenstubbe. Sie ist die zweitälteste Tochter des Barons de Guldenstubbe. In diesem Jahr beginnt die 32-jährige Lehrerin Émilie Sager aus Dijon in Frankreich ihre Tätigkeit in dem Internat. Bereits wenige Wochen, nachdem Emily ihre Tätigkeit aufgenommen hat, beginnen merkwürdige Geschichten unter den Schülerinnen herumzugehen. Während einige von ihnen behaupten, gerade Unterricht von Emily erhalten zu haben, sind andere Schülerinnen überzeugt davon, die Lehrerin zur gleichen Zeit an einem ganz anderen Ort in der Schule gesehen zu haben. Julie de Guldenstubbe berichtet, dass sie selbst kurz darauf bei einer Unterrichtsstunde von Emily anwesend war, als etwas absolut Bizarres geschehen ist. Während Emily an die Tafel schreibt, sehen nicht nur sie selbst, sondern auch alle anderen der Schülerinnen die Lehrerin doppelt. Ihre zweite Version hätte direkt neben der ersten an der Tafel gestanden. Die beiden Frauen hätten absolut gleich ausgesehen und während Emily an die Tafel schreibt, imitiert ihre Doppelgängerin ihre Bewegung. Der einzige Unterschied sei gewesen, dass die zweite Emily kein Stück Kreide in der Hand gehalten hätte. Während alle der Schülerinnen das, was vor sich geht, völlig gebannt beobachten, bemerkt Emily selbst als einzige im Raum nichts davon, dass sie zweimal vorhanden ist. Kurze Zeit später hilft Emily der Schülerin Antoine de Vrangel, die Haken ihres Kleidungsstückes zu schließen. Sie stehen dabei vor einem Spiegel. Während Emily mit dem Kleid von Antoine beschäftigt ist, schaut Antoine in den Spiegel. Dort sieht sie Emily und ihre Doppelgängerin, die beide hinter ihr stehen und ihr Kleid verschließen. Die zweite Version von Emily sieht Antoine aber nur im Spiegel. Als sie sich umdreht, sieht sie Emily wieder einfach. Die merkwürdigen Beobachtungen der Schülerinnen, dass sie Emily doppelt sehen, beginnen sich zu häufen. Immer mehr Beobachtungen werden diskutiert, wobei einige der Schülerinnen beschreiben, dass die zweite Emily jedes Mal die Bewegungen der ersten kopiert hätte. Andere Schülerinnen hingegen behaupten, dass die Doppelgängerin etwas völlig anderes gemacht hätte. Der bizarrste Vorfall ereignet sich, als alle der 42 Schülerinnen zu einem Stickkurs im gleichen Raum versammelt werden. Eine andere Lehrerin führt die Aufsicht, doch die Mädchen können Emily sehen, die draußen, direkt vor dem Fenster, im Garten beschäftigt ist. Eine Weile später verlässt die Lehrerin den Raum. Doch die Schülerinnen sind nicht lange alleine, denn plötzlich sitzt Emily auf dem Stuhl am Pult. Doch niemand hat sie ins Zimmer kommen sehen. Die Mädchen schauen nach draußen, wo Emily ja gerade noch im Garten gearbeitet hatte. Und dort ist sie auch noch. Sie wirkt allerdings merkwürdig und bewegt sich bei der Gartenarbeit ganz langsam, wie in Trance. Zwei der Schülerinnen trauen sich schließlich zum Pult zu gehen, wo die Doppelgängerin sitzt, und Julie de Güldenstubbe erzählt, dass die beiden sie am Kleid berührt und dabei quasi durch ihren Körper hindurch gefasst hätten. Die zweite Emily reagiert jedoch nicht darauf. Nach einer Weile wird ihre Erscheinung immer blasser und verschwindet schließlich komplett. Als sie nicht mehr zu sehen ist, hätte die echte Emily, die immer noch im Garten war, sich wieder ganz normal bewegt. Sie weiß von den Geschichten, die die Schülerinnen über sie erzählen, doch sie scheint keine Ahnung zu haben, was es dann damit auf sich hat. Sie hat ihre Doppelgängerin selbst nie gesehen. Natürlich berichten die Schülerinnen auch ihren Eltern von den Vorfällen in der Schule und viele glauben, dass irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht. In einem Zeitraum von zwei Jahren sollen zwölf der 42 Schülerinnen das Internat verlassen haben. Aus diesem Grund bittet der Schuldirektor Emily schließlich, von ihrem Posten zurückzutreten. Sie willigt ein, aber sie sagt, dass dies sehr schwer für sie sei, denn es sei das 19. Mal. Als der Direktor nachfragt, was sie damit meint, berichtet Emily, dass sie zuvor bereits in 18 verschiedenen Schulen unterrichtet hat und jedes Mal aus dem gleichen Grund gehen musste. Sie zieht anschließend bei ihrer Schwägerin ein. Einige Zeit später besucht Julie die Güldenstube ihre ehemalige Lehrerin dort. Sie spielt auch mit den Kindern der Schwägerin, die drei bis fünf Jahre alt gewesen sein sollen. Julie behauptet, dass die Kinder alle von ihren zwei Tanten Emily geredet hätten. Nachdem Julie die Schule beendet hat, verliert sie Emily aus den Augen. Sie erzählt später die unglaubliche Geschichte, was sich in ihrem Internat zugetragen hat. Sie wurde auch bereits von mehreren Autoren aufgegriffen, als erstes von Robert Dale Owen und viele halten die Vorgänge für warm. Emily soll irgendwie die Fähigkeit gehabt haben, an zwei Orten gleichzeitig zu sein, offenbar ohne sich selbst darüber bewusst zu sein. In der Geschichte wird dieses Phänomen vielfach beschrieben, doch kann wirklich etwas daran sein? Das Problem an Emilys Geschichte im Speziellen ist, dass sie komplett auf den Berichten von Julie die Güldenstube basiert. Weitere der damals anwesenden Schülerinnen haben sich nie öffentlich geäußert oder die Geschichte bestätigt und Emily selbst wurde dazu später auch nie befragt, da ihr späterer Aufenthaltsort auch gar nicht mehr bekannt gewesen ist. Hat Julie sich einfach eine unglaubliche Geschichte ausgedacht und hatte die richtigen Leute in ihrem Umfeld, die sie in der Öffentlichkeit bekannt gemacht haben und zwar so sehr, dass schließlich sogar einige Autoren darauf aufmerksam wurden? Camille Flammarion, ein Astronomen, der ebenfalls über die Geschichte geschrieben hat, hat versucht, mehr Informationen über Emily ans Licht zu bringen. Doch er kann keine Frau mit diesem Namen finden. Er findet allerdings Hinweise auf eine Octavie-Sagé, der Nachname wird jedoch anders geschrieben, er nimmt aber an, dass sie die Lehrerin gewesen sein könnte, über die Julie berichtet hat. Er mutmaßt, dass sie ihren Namen abgeändert haben könnte, da sie laut ihrer Angabe bereits 19 Mal die Stelle gewechselt hat. Doch was ebenfalls Zweifel an der Geschichte aufkommen lässt, ist, dass keine der Schülerinnen aus irgendeiner der anderen 18 Schulen sich jemals irgendwo zu den angeblichen Doppelgängervorfällen geäußert hat. Auch aus dem Pensionat von Neu-Welke gibt es außer den Angaben von Julie keine weiteren Berichte. Das Pensionat soll laut Julie bei dem Dorf Weiderwar gewesen sein. Dort gibt es ein Anwesen mit dem Namen John Welki, also lettisch für Neu-Welke und es ist mittlerweile ein Diakonat. Es scheint keinerlei Nachweise darüber zu geben, dass es tatsächlich mal eine Mädchenschule war. Julie de Güldenstubbes Bruder, Johann Ludwig von Güldenstubbe, ist Philosoph und Spiritist. Er beschäftigt sich mit Tischerücken und Tischeklopfen, Geisterschrift und so weiter. Er führt auch spiritistische Experimente durch. Seine Schwester Julie, die zehn Jahre jünger ist als er, teilt sich nach der Schule eine Wohnung mit ihm in Paris. Sie ist Herausgeberin und Verlegerin seiner philosophischen Schriften. Darüber hinaus fungiert sie oft als Medium für ihn, wenn er spiritistische Experimente macht, also sie behauptet, dass sie Botschaften von Geistern empfangen könne. Robert Dale Owens, ein aus Schottland stammender Politiker, der in den USA lebt, hat mehrere Bücher geschrieben. Ein kleiner Teil davon beschäftigt sich mit Spiritismus. Kurz bevor er die angeblich wahre Geschichte über Emily Sager veröffentlicht hat, ist er auf einer Reise in Paris gewesen und es ist gut möglich, dass er dort auf Julie de Güldenstubbe getroffen ist. Ob sie ihm eine wahre oder eine ausgedachte Geschichte erzählt hat oder ob Robert selbst nach dem Treffen mit Julie zu der Geschichte inspiriert wurde, bleibt sein Geheimnis. Ob man die Geschichte über die Doppelgängerlehrerin Emily Sager glauben will oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Dies waren auch schon wieder fünf alte Fälle. Ich hoffe, ihr fandet sie spannend. Wenn ja, denkt daran, einen Daumen hoch dazulassen, denn dadurch kann das Video von mehr Leuten gesehen werden. Schreibt mir auch gerne alles, was euch zu den Fällen einfällt, unten in die Kommentare. Aktiviert noch schnell die Glocke, dann werden euch meine neuen Videos meist vorgeschlagen. Und falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020